Ah! Hey! Los! Stopp mir! Los! Snake! Los, Vela! Die Tür! Los! Und jetzt? Was hat er da mit dem Messer gemacht? Hat er irgendwie rumgeschnitten? Julian, lass das! Warte da! Ist was drin? Ja, ein 5000 Jahre alter König ist da drin. Und das hier? Danach hat er gesucht. Scheint wovon Bedeutung zu sein. Bin gespannt, was Papa dazu sagt. Und Elena. Demnächst im Kino.